Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und an erster Stelle möchte ich mich erstmal bei euch entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass ich beim letzten Mal einen Videotitel gewählt habe, der nicht ganz den Tatsachen entspricht. Das Ganze war spaßig gemeint mit dem Diebstahl und den Überwachungskameras und ich habe gehofft, es wird irgendwie klar, dass es sich dabei natürlich um einen inszenierten Diebstahl handelt. Der Täter war ich selbst. Ich habe nur versucht, den Hintergrund zu wählen für das Werbevideo, was durchaus noch was mit Camping zu tun hat und das Freizeitmobile bei Tätern oder bei Dieben durchaus hoch im Kurs stehen. Ich denke, das ist im Video auch rübergekommen. Und deshalb an dieser Stelle ganz klar der Hinweis, es handelt sich um das zweite Produktvideo zu unserem Partner Reolink. Dieses Mal geht es um das Speichermedium, wo alle Dateien, die die Kameras einfangen, einem aufgezeichnet werden. Direkt bei euch zu Hause, keine Cloudlösung. Und wir haben hier noch eine Türklingel. Wir haben natürlich eine Türklingel an der Haustür, aber wir haben das Grundstück so großzügig eingezäunt, Pepper zuliebe, dass er sich maximal frei bewegen kann hier. Dementsprechend ist auch das Gartentürchen sehr weit weg von unserer eigentlichen Haustür und es ist das Schild angebracht. Achtung, freilaufender Hund. Pepper ist die meiste Zeit draußen und da freut er sich riesig drüber. Aber es wäre natürlich auch blöd, wenn der Postbote oder wer auch immer immer das Türchen aufmacht und sich dann erschreckt, wenn plötzlich Pepper um die Ecke kommt. Dementsprechend haben wir tatsächlich, bevor Reolink auch auf den Zug kam, schon nach einer Türklingel gesucht, die über WLAN unsere Smartphones ansteuert, aber auch eine Türklingel quasi im Haus als Signalton quasi ersetzt. Wir starten an der Stelle mit der Türklingel. Reolink hat hier verschiedene Varianten zur Auswahl. Zum einen unterscheiden sich die Modelle in der Farbe. Die weißen Modelle nehmen die Videos im Hochformat auf, sprich 3 zu 4, während die schwarzen das Ganze im Querformat machen 4 zu 3. Also je nachdem, wie es bei euch zu Hause besser geeignet ist, solltet ihr hier schon mal bei der Auswahl der Modelle darauf achten. Dann gibt es die Modelle, die übers WLAN kommunizieren. Andere Modelle könnt ihr direkt mit einem Netzwerkkabel verbinden. Und dann haben wir das Ganze noch ähnlich wie bei den Kameras. Einmal zum Beispiel mit Solarpanel, dass ihr autark ohne Stromzufuhr das Teil installieren könnt. Aber wir haben uns in dem Fall für die Variante mit Strom entschieden, weil wir von Anfang an bei der Hausplanung wussten, okay, hier vorne kommt später irgendwann mal eine Klingel hin und wir brauchen hier Strom. Und dementsprechend liegt hier schon das Leerrohr, was wir aber erst, wenn die Außenanlagen irgendwann fertig sind, dann natürlich auch richtig anschließen. Wir haben uns bewusst für die Variante im Hochformat entschieden, weil die Kamera auch wieder intelligent ist. Sie erkennt zum einen Personen, natürlich auch Fahrzeuge, normale Bewegung, aber auch, was heutzutage natürlich immer häufiger vorkommt, wenn Pakete abgelegt werden. Und da ist es natürlich wichtig, wenn die Kamera auch möglichst bis auf den Boden runter filmt. Hier wäre es jetzt aber eher so, dass wir sagen würden, wenn der Postbote klingelt, ja, ist in Ordnung, der Hund ist drin. Geh doch bitte bei uns hinten in den Garten oder vor die Haustür. Legt das Päckchen da ab, weil hier vorne an der Straße, dann kann das auch gleich auf den Bürgersteig legen. Ich habe jetzt natürlich nur improvisiert mit dem doppelseitigen Klebeband, aber hier die Halterung ist einmal stabiles Aluminium. Die wird bei euch an die Hauswand oder an den Briefkasten oder wie auch immer fest verschraubt und hier wird die Kamera dann eingeklipst. Ich habe hier noch einen Adapter, weil hin und wieder kann es von Vorteil sein, dazu baue ich das Ding jetzt erstmal schnell wieder zusammen, die Kamera ein bisschen im Winkel zu verändern. Und dann kommt dieses Teil hier zum Einsatz. Damit könnt ihr die Kamera so an der Hauswand verbinden, ich zeige mal so, dass sie gedreht ist. Dementsprechend könnt ihr vom Winkel ein bisschen verstellen und wenn dann die Kamera neben eurer Haustür ist, trotzdem so ausrichten, dass sie den Hauptbereich, wo eure Besucher oder Postboten oder wer auch immer vorbeikommen, im Bild sind und auch die Päckchen, die zum Beispiel abgelegt werden, perfekt zu sehen sind. Zusätzlich gibt es natürlich noch weiteres Zubehör. Einmal natürlich ganz essentiell der Netzadapter, mit dem ihr dann eure Klingel quasi an den Strom anschließen könnt. Wem das Kabel hier aber zu kurz ist, da liegt noch ein Verlängerungskabel bei. Das heißt, damit könnt ihr schon mal eine ordentliche Strecke überbrücken und es gibt auch noch so einen Adapter, dass ihr den Strom, wenn ihr zum Beispiel schon eine alte Türklingelanlage hattet, direkt an den Strom der Klingelanlage anklemmen könnt. Dabei ist so ein Überbrückungskabel, um das alte Signal wegzunehmen und dann hier drüber den Strom zu beziehen. Aber ich hatte es im ersten Video erwähnt, wir sind kein Technikkanal. Ich sage nur, was geht. Alles andere ist wieder super easy in der Anleitung beschrieben. Und super easy trifft es wieder. Also auch die Klingel spricht wie die Kamera mit euch. Welche Schritte sind notwendig? Irgendwo ist hier hinten, ja unter der Adapterplatte war der QR-Code. Der wird einfach nur mit der App gescannt und eine Minute später ist die Klingel bei euch im Reolink in der App zusammen mit den ganzen Kameras installiert, verbunden, eingerichtet und was auch immer so dazugehört. Also spielend einfach. Und ansonsten funktioniert die Türklingel genauso wie die Überwachungskameras. Sie ist natürlich wetterfest, was für eine Türklingel schon mal gar nicht mal so verkehrt ist. Und sie hat die Tag- und Nachtsicht. Sie ist intelligent, unterscheidet Bewegungen von Personen, Fahrzeugen, Tieren oder ob ein Päckchen abgelegt wurde und lässt sich sogar über Alexa oder Google Assistant in euer Smart Home integrieren. Wer den klassischen alten Weg gehen will, hat hier, das ist das zweite Teil, das ist quasi der Empfänger der Klingel, der bei euch zu Hause im Haus ist und lässt sich mit verschiedenen Tönen und auch in der Lautstärke so anpassen, dass es für euch genau richtig ist. Und Thema Lautstärke ist für eine Türklingel natürlich auch wichtig, wenn es um die Gegensprechanlage geht. Auch die ist hier natürlich an Bord. Das heißt, ihr könnt ganz normal über das Smartphone oder eben Google und Alexa mit demjenigen kommunizieren, der eben bei euch für die Tür steht. Und ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel im Meeting seid oder was auch immer, eine Schnellantwort zu programmieren. Dann kriegt ihr die Push-Nachricht aufs Handy, hey, hier hat jemand geklingelt und ihr könnt direkt senden mit was auch immer ihr eben diese Schnellantworten vorher eingesprochen habt. Also super praktisch und die Daten werden natürlich auch genauso an den Home Hub von Reolink übertragen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr diese Daten speichern. Man kann natürlich auch sagen, nee, ich möchte hier gar nichts aufnehmen. Es ist für mich nur eine Türklingel. Aber wer das Ganze ein bisschen mit Aufzeichnungsfunktionen nutzen will, kann hier auch wirklich sagen, gerade weil es ja auch Türklingeln oft in der Nähe der Straße oder von Gehwegen sind. Hier den Bereich möchte ich ausblenden. Der hat mit meinem Grundstück nichts zu tun. Auch das geht. Aber alles, was irgendwie aufgezeichnet werden soll, landet auf dem Teil, was ich eben weggestellt habe. Und da kommen wir jetzt dazu. Ich habe mich, glaube ich, schon damals beim Hausbau, wie gesagt, schon mit beschäftigt. Wo soll Strom hin? Wir machen das mit einer Videotürklinge. Und dafür war für mich schon das entscheidende Kriterium. Ich brauche irgendwas, wo die Daten nicht über irgendeine Abo-Lösung in der Cloud gespeichert werden, wo ich monatlich für bezahlen muss, sondern ich hätte gerne sicher meine Daten bei mir zu Hause vor Ort. Und da war Reolink schon die Firma oder der Anbieter, den ich mir rausgesucht hatte, der das im Gegensatz zu anderen Anbietern halt geboten hat. Und da kommt nämlich genau dieser Home Hub hier ins Spiel. Das Ding ist unspektakulär. Ihr schließt es ganz normal über Netzwerkkabel direkt bei euch am Router an. Das Teil baut quasi ein eigenständiges WLAN auf, wo sich dann wieder alle Kameras, Tür klingeln, etc. mit verbinden. Natürlich ist das Ding auch mit Strom versorgt und ihr habt hier hinten den Platz für zwei 512 Gigabyte Speicherkarten. Also in Summe kommt ihr hier über ein Terabyte Aufzeichnungsvolumen. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Nichts anderes mehr oder weniger als eine externe Festplatte, die aber noch über WLAN quasi mit euch kommuniziert und das Netzwerk der ganzen Kameras mehr oder weniger herstellt. Das soll es an der Stelle aber schon gewesen sein. Wie gesagt, wir sind froh darüber, dass Reolink auf uns zugekommen ist. Wir können die Produkte von der einfachen Installation bis hin zur Qualität der Aufnahmen etc. Ich weiß gar nicht. Ja, wir sind einfach super zufrieden und wir können sie euch guten Gewissens empfehlen, wenn ihr auch so was bei euch zu Hause gebrauchen könnt. Wie gesagt, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein. Reolink hat regelmäßig irgendwelche Aktionen und es sind ja tatsächlich Produkte, die jetzt nicht mit tausenden von Euros so schwer ins Gewicht fallen, sondern ich denke, wir haben hier ein sehr vernünftiges Preisniveau. Dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr uns trotzdem einen Daumen nach oben lasst, den Kanal abonniert, weiterhin auf die Glocke drückt, dass ihr benachrichtigt würdet, wenn irgendwas hochgeladen wird und ich glaube, jetzt ist langsam Herbst. Wir machen jetzt mal wieder ein bisschen mehr die Urlaubsvideos. Wir haben ja immer noch ein bisschen was, wo wir wirklich unterwegs waren, was viel schönere Eindrücke sind, auch für uns selber, aber eben deutlich komplizierter vom Schnitt her. Das dauert alles ein bisschen länger und jetzt stand der Hausbau erst mal im Vordergrund. Weitere Produkte rund um Bulli. Schreibt uns doch einfach gerne mal unten in die Kommentare. Was interessiert euch denn? Wozu sollen wir mal wieder was machen? Im Moment geht auch einfach nichts kaputt hier, sodass wir dazu irgendwie ein Video hätten. Aber wie gesagt, wir machen gerne das, was für euch interessant ist, aber dazu müsst ihr es uns einfach schreiben. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus. Bis zum nächsten Mal.